Uh, produzieren sie! Juhu! Superlegion! Superlegion, wir kommen auf Legion. Wissenschaftler, wir sollen... Superlegion endlich produzieren. Wir sollen die Station der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Ähm, ja gut, dann reicht das, glaube ich, auch, wenn wir so 3-3 machen. Obwohl, wir brauchen ein bisschen mehr da drüben, dann machen wir mal. Ja, so ist es. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Phase 3 ist in Reichweite, aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob sie wollen oder nicht. Noch eine Sicherheitsabteilung? Ich habe doch schon zwei. Na toll. Korallenförmwissenschaftler. Die kriegen wir auch noch mit an Bord. Ähm, dann wollen wir mal schauen, was wir brauchen, um die Gemeinschafts-Dings-Leute da... Auf jeden Fall, dass wir eine Superlegierung bekommen. Das ist sehr gut. Müssen wir so im Hintergrund... Sicherheitskontrollen sind in Ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. So sieht's aus. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte immer neuere Implantate... Ähm, produzieren. Denn der Bedarf ist da. Deswegen bin ich jetzt nochmal hier. Ich habe es vergessen. Okay, ich wollte wissen, was mir... Werden Sie... Also, das ist eine nette Überraschung. Was... was möchten Sie von mir? Alles klar, wir müssen die Neuroimplantat-Produktion müssen wir ankurbeln. Dann können wir uns, äh, die, ähm, 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 ne? Die Manager besorgen in der... Äh, Wildwasserbucht. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Pfff. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Okay. X-Men International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen, das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Ja. Äh. Und jetzt, ähm, was müssen wir dazu tun? Ich hatte erwartet, Sie hier... Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber Ihre Anwesenheit macht es möglich. Mhm. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Okay. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Ja. Habe ich denn eine andere Wahl? Ja, was muss ich denn jetzt dafür machen? Achso, die Überwachungsdrohnen finden. In Ordnung. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Die dürften ja wahrscheinlich überall sein, wo hier die Gletscher sind. Also wo die Überränge sind, da müssten sie ja eigentlich überall sein. In den Projekten. Und dann nochmal hier. Ich muss Sie warnen. Wenn Sie sich gewaltsam den Weg warnen, wird das die ganze Gegend destabilisieren. Sie sind da. Gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Projekt abgeschlossen. Neuere Implantate müssen wir enorm produzieren. Ja, ne, Moment. Wo haben wir sie denn? Was ist überhaupt hier? Ja. Immer dieses Gated. Das war immer wieder Geldprobleme hier, halt. Ich kann davon da nichts nehmen. Vielleicht können wir das Molybden da irgendwie erweitern. Produktion davon. Und was bestimmt auch sinnvoll wäre. Weil man Geld wette dafür? Boah, so fliege ist schon hier. Ich dachte, Sie wissen besser, wie wir damit weitermachen sollen. In dieser Angelegenheit brauchen wir Ihre Profession. Hier. Ja, Petrochemikalen. Ich brauche keine Petrochemikalen. Hey, danke, dass du vorbeikommst. Verdammt. Verdammt, ein guter Preis. Fairer Preis. Da schlage ich zu. Alle sind deswegen hier. Ja, alle sind deswegen hier. Alle sind wegen mir hier. Ich weiß. Energie brauchen wir wieder. Also, jetzt brauchen wir die Quälder jetzt. Weil... Also, irgendwie kommen wir gerade nicht mal so richtig auf dem... angenehmen Zweig, was den Ertrag betrifft. Darf ich einen Vorschlag machen? Nein. Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Wat? Wat hab ich net? Uh, unsere Reichen von der Versorgung. Äh, die Versorgung. Die sind natürlich ein bisschen ungefällig. Und Untheitkosten sind tausender. Wollen die mich verarschen? So, Fisch, 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 Fisch. Oh. Oh. Mein Büro, dann besprechen wir die Details. Äh? Büro? Wow. Den hat die Kälte denn da reingewegt? Hm. Guter Preis. Gekauft. Wir müssen wahrscheinlich nach drüben. Genau dort ein bisschen was verkaufen. So, plus sechs. Und rüber und verkaufen. Eieieieieieieiei. Tja, wenn das nicht mein Lieblingskunde ist. Ja, gut. man kann doch mal pech haben wir wie viele von den legierungen haben wir jetzt hier drin ja schon fast 50 geil unter versorgung mit bestimmten verbrauchsgütern entdeckt dann gucken wir vorher noch mal einfach so sicherheitshalber wie diese versorgung hier ist ob man das nicht anpassen kann parameter werden erneuert dann wollen wir mal beladen und zum versorgten schiff so expensive gewesen ich hoffe das lohnt sich gleich auch der preis sinkt gerade oder der verlust sinkt gerade zumindest scheint man kann dir trauen hallo befreue ich einen blick drauf holy moly was ist denn oi 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 ja gut ich habe so das gefühl dass das tatsächlich iridium produziert geil iridium for free läuft läuft ja richtig so was haben wir jetzt hier für eine mission hübsch der reihe nach so cool es gibt mehrere loks nice 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 Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ist das positiv oder negativ? Jetzt nehmen wir doch mal was an. Ich sehe uns ja schon ripp gehen. Falls man ripp gehen kann, weil man nicht mehr Geld hat, werden wir ripp gehen. Ich rufe eine zuverlässige Person für einen Auftrag und treffe sie. Fragen Sie mich nicht wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Warnung! Menschliche Ressourcen ungenügend. Willkommen! Möchten Sie hereinkommen? Nicht unbedingt. Wo haben wir jetzt unser Schiff? Da. Nehmen wir mal das erste Schiff und wo müssen wir das eigentlich hinbringen? Das steigt hier unten hin. Seile sind befestigt. Das ist aber ein langes Seil. Eieieieieieieieieieieiei. Ich hoffe, wir bekommen gleich ordentlich Angebote vom Händler. Wir bekommen gleich ordentlich Geld. Und dann zurück. Und dann zurück. Ich mag die Art, wie Sie Ihre Geschäfte abwickeln. Danke. Was für eine glückliche Fügung. Ich brauche eine zuverlässige Person für einen Auftrag und treffe sie. Was für ein Wahnsinns Zufall. Also, das ist ja der... Boah. Händen wir uns nicht gesehen, dann wäre die Welt ganz anders. Ähm. Komm rein und entspann dich. Ich wäre blöd, wenn ich da Nein sage. Gut, dass du es auch einsiehst. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich habe es vergessen, verdammt. Äh, ich wollte doch irgendwas. Ach ja, Energie. Die. Ja, gut. Da wäre ich nicht mehr da rum, dass wir... Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Ja, ich weiß. Äh. So, haben wir hier noch ein Bergbaugedöns Dings. Ich befürchte hier nicht. Verdammt. Ah, eins haben wir noch. Ah, eins haben wir noch. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Aha. Gehört, dass wir an den Menschen liegen, die zu wenige sind auch immer. Have to, ichкиne. Das war das. Also da ist nicht mehr. Und das ist ja, ist das ein Barsch. Wir verraten. Das ist wirklich so. Ist das nicht länger. Wir Alternatee. Und das ist ja etwas. Und das ist ja. Immer dieses Heilen, das... Na gut. Geld, wir brauchen Geld, immer noch. Das vielleicht muss bleiben, befürchte ich gerade. Transferroute wird überarbeitet. Schön, dass du vorbeikommst. Okay. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Wir wollen Gerechtigkeit. Das passiert allen, die sich in den Weg stellen. Oh nein, nicht schon wieder. So, wir müssen die Schiffe wieder herbestellen. Wir müssen so langsam mal wieder aus dem Miesen rauskommen. Da kommen sie. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Na, so. Oh Gott. Weißer Warterei. Flotte erreicht Position. Bestätigt. Seit wann haben wir denn so große Schiffe hier? Roller die Wald, wie willkommen die ihnen ganz her? Wir haben noch nie so große Dinge gesehen. Bei uns. Roger. Volle Kraft voraus. Bereit für Einsatz. So muss das. Da oben lauert noch einer. Kampfstationen. Feuer frei. Feuer frei. Im Gange. Koordinaten bestätigt. Feuer frei. Ich hab mich aber schon auf den Lower gelegt. Alles klar. Koordinaten bestätigt. Ohhhh. Da kommt man hier. Zeit entdeckt. Alle bereit machen. Dass man auch so viel Zeit hat. Also so viel Zeit braucht man noch nie im Leben oder nicht. Aber zumindest, ich weiß nicht ob es in der Zukunft so sein wird, dass man da vielleicht nicht eine halbe Stunde dran dran sitzt, bis man hier die ganzen platt gemacht hat. Ziel bestätigt. Ziel bestätigt. Grünes Licht. Ich hab keine Ahnung. Bestätigt. Was war dafür denn nach oben? 3 müssen wir noch. Im Gange. Gut. Die kommen ja fast direkt auf uns zu. Sind unterwegs. Das sind so die letzten 3 die wir brauchen. Und die sind schnell Geschichte. Aber wir werden eine Achen nehmen. Du wirst es schon sehen. Ohhhh. Macht mal. Darf ich jetzt was verkaufen? Danke. Wenn ich mich wirklich begehe, dann haben wir einen Deal, mein Freund. Du willst einen guten Deal? Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. Niemals! Falls sie Interesse haben, hätte meine Vorgesetzte einen Auftrag für sie, der ihnen gefallen dürfte. Hm. Ah. Perfektes Timing. Mein Freund, ich habe einen Job. Ja. Nicht so wirklich, äh, äh, Lust da gerade drauf. Hm. Auf die Jobs. So. Wie können wir hier vorankommen? Wir haben hier eine Reisfarm. Wir haben dort eine Reisfarm. Wir haben so viele Reisfarmen. Und dann können wir auch hier, ähm, dann noch ein paar Leute hinbauen. Leute hinbauen? Nein, äh. Ein paar Häuser hinbauen. Sowohl solche als auch solche, denn wir brauchen das Geld und die Menschen. sind bestimmt auch keine schlechte Idee. Transferhute ineffizient. Ursache fehlende Waren. climbing fertig… ... ... So. Reicht doch erst mal. Verdammt, ich wusste, es könnte Probleme geben. Ich wusste, es könnte Probleme geben. Ich wusste, es könnte Probleme geben. Ich wusste, es könnte Probleme geben.